Und guten Tag! Hallo Wombi, ich sage ein Haus ist kein Heim, das du darin kochen kannst. Joko und ich können dein Haus aufwerten und eine schöne Küche einbauen. Schau bei uns vorbei, wenn du bereit für die Aufwertung bist. Ich bin alle gebessert. Der braucht ja ewig. Der braucht ja. 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 ja. Der braucht 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 ja. Oh man, a geese kann man das wohl. Äh, da muss ich eigentlich nicht weinen. Du stets Emantipa nicht. Siehst du, ein echter Sonnenschein. Mit Lernen beschäftigt? Sorry. Always offenbarlich sehr mit dem Lernen beschäftigt. Mama lässt mich freitags nach der Schule immer fernsehen, sonst gehe ich mit meinem Vater meistens bis zum Abendessen in den Wald. Bulkour. Rennt es offenbar mit dem Lernen beschäftigt. Untersuchen. Tagebuch eines Schwäcklings von Jake. Okay. Hoffentlich beginnt es bald zu regnen. Auf dem Friedhof riecht es nicht mehr besonders gut. Er müsste mal gereinigt werden. Er ist nicht mehr so gut. Ein Pilger. 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 Das Strandreinrückungsfest ist wirklich mein Lieblingsfest, ungelobt! Ich liebe es, wenn wir Inselbewohner zusammenkommen und gemeinsam etwas erreichen wollen. Warum drinnen arbeiten, wenn der Tag draußen so wunderschön ist? Manchmal ist es nicht gerade toll, ein Schmink zu sein. Steinbeier! Danke Ihnen, Sie sind sehr großzügig! Nicht genug befreundet mit beiden, Soll das so unfertig aussehen? Geschenk! Das allerbeste im Sommer ist der absolute Überfluss an Jackfrucht-Früchten. Ich kann so viel Kuchen mit Jackfrucht verlangen. Ja, so weiss ich schon. Ich gehe nur zur Höhle, wenn ich muss. Nachdem ich wieder schürfe nach Artefaken sammeln, gibt es keinen Grund für mich dort hinzugehen. Ich gehe ab und fülle nach Artefaken. Es ist schon ein Großartes, aber ich kann nur zurückhaben. Deshalb, ich kann aber auch auf der Höhle nicht wiederholfen. Ich war es immer für mich, wenn er in die Höhle nicht in der Lageahe nie spürt. Steinbeier Rillefalt. Danke, das ist nützlich. Du kannst gerne ein Bad in den heißen Quellen nehmen, sie ist öffentlich zugänglich. Du musst keinen Eintritt bezahlen. Danke schön. Danke schön. Wilde Samen. Heute geschlossen. Wilde Samen. Dann hau doch ab. Dort ist noch ein erbauter Bibiskus. Läuenspander. 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 Wie ist das denn so? Manchmal kommt es mir ja so vor, als wären wir alle in einem Simulationsspiel. Ainho! Okay. Das ist toll. Ich mache ein Ritt und riskiere hier einen giftigen Stück. Ich habe mir etwas zu Essen weggebracht, damit ich nicht so schnell wieder nach Hause gehen muss. Ich habe einen Ritt. Ich habe einen Ritt. Sollte ich diese Stadt jemals verlassen, wird das Fest die einzige Sache sein, die ich vermisse. Verkaufen. Eleonora, wenn die Raupe ihre Verpumpung spinnt, ist sie ein hässliches Kleinsting, aber dann erscheint ein wunderschöner Schmetterling. Einer Litsch ist auch so aussen hässlich, aber eher weich und süß. Nun ja, um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Metapher ist. Ich weiss nur, dass ich diese kleinen Früchte total gerne habe. Aber ey! Eleonora 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 oder Fische wieder einholen, auch ohne auch nur einen Finger zu rüben. Oh, was ist denn? Ich habe einen Rüben, auch einen Rüben. Ich habe einen Rüben, auch einen Rüben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt ist der Sonnenuntergang. Vielen Dank. Vielen Dank. Nice. 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 Bye. 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 Der ist noch nicht mehr. Das ist leer. Untertitelung des ZDF, 2020 doch schon abgegeben. Ich habe einen Teil von der Schleuchzeuge, und ich habe einen Teil von der Schleuchzeuge. dass ich die Schleuchzeuge nicht aus dem Schleuchzeuge die Schleuchzeuge nicht aus der Schleuchzeuge Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020